Jetzt wird sie bei mir weglaufen. Scha- warum- warum wirft ihr noch kleine, wenn er sowieso eine große hat? Ey, die machen sogar mehr Schaden als dieses Ding, ey, wenn er sich einmal trifft. Ey, das ist so unfair, ey. Komm, komm. Tja, keine Chance gegen mich. Keine Chance. Komm, komm. Na toll, das war klar. Jetzt macht er den super, super, super Überstreifen. Warum, ey? Andere Seite. Oh. Ich schwör's euch, Alter, das regt mich so auf. Ey, ja, komm. Mach den Superstreifen. Ey, das ist so unfair, warum? Ja, ich kann nix machen, aber der wirft hier die ganze Zeit mit kleinen Sensen rum, ey. Das ist einfach unfällig. Das ist ja nicht wieder hoch. Ja, 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 komm, cheese. Wow, das war knapp. Ja, du triffst mich sowieso, wenn ich weitergegangen bin. Das ist klar, ey. Das Spiel hat kein Clare-Niss-Faktor. Das ist einfach nur, ja, äh, Spieler nerven. Scheißspiel, ey. Ich meine, eine Riesensense, warum sollte er eine kleine Sensen werfen, die mich jetzt sogar noch trifft würde. Ah, der ausgeglichen Haar, Ruflager, Alter. Kommt. Ach, nö, ey. Kommt immer zu dem letzten Standpunkt, den ich hatte. Okay, weg ist das. Wie soll ich denn ausweichen können, wenn er das wirft? Ja, dieses geht über die ganze Map. Da gibt's nichts ausweichen. Ich kann mir dagegen holen. Ne. Einfach mal draufhalten. Erdbeeren essen. Halt das Übliche. Scheiße, er ist ja Luftpielen. Oh, der kommt grad. Okay, ähm. Jump. Ah, fuck. Ey, das ist doch voll unfair. Vater Hölle. Okay, 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 okay. Nerven auch. Komm. Oh, kaputt da. Ah, das erste, was er mich getroffen hat. Wow. Oh, jetzt aber. Gleich zwei Mal. Das ist, glaube ich, der Ausgleich. Hey, du hast das Ausgleichen, das du zweimal getroffen hast. Och, nö. Okay, kein Leben mehr. Ah. Fuck, ey. Ey, Markyra, mach ihn glatt. Ah. Oh, das war knapp, ey. Fuck. Los, Markyra. Ja, ja. Verpiss dich, Alter. Greif Gegner mit Sicheln an. Boah. Boah. So. Das müssen wir speichern. Ja, danke, danke, danke. Valkyra, ich liebe dich, ey. Tot. Greif Gegner mit Sicheln an. Äh. Loll, okay. Soll ich dir scheiße von dem. Hallo, noch. Na toll. Los, Gegner. Stirb. Loll, es war mal Level ab. Du, ich kann es die ganze Zeit lassen, wie ich will. Ey, du sollt die Gegner angreifen, man. Hoch. Hoch. Ja, fein. So ist es gut. Macht's platt. Toll, jetzt habe ich keinen Mana mehr, ey. Wegen euch. Wie gut ist es schön. Mann. Komm, 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 komm. Wie geht es still? So, ey. So, ey. Aber das ist nicht wirklich gut, das Scheiße, ey. Und speichern wir direkt nochmal, weil wir jetzt direkt schon das ganze Leben verloren haben, fast. Okay. Wir haben es geschafft, Freunde. Ja, wir haben den Tod besiegt. Okay, wir können nicht mehr sterben, wenn wir den Tod besiegen. Hier ist ein Mond. So blau wie der Mond. Was denn das denn? Kann unter Wasser laufen. Toll, ist ganz unter Wasser laufen, oder was? Ja, toll. Ich habe auch eine Idee, wo wir hingehen können. Aber wir brauchen schon Teleport. Wir brauchen noch. Ja. Wir brauchen noch. Ja. 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 ja du komisches gargolding was ich gefragt habe ein marküre dank für deine friedlichkeit ist ich gehe jetzt hier runter ja es ist gedacht von mir du kannst durch die dinge treten ausgetrickst naja egal wartet mal ich kann unter wasser laufen dann heißt es doch dass ich war das was er auf der anderen seite so viele neue wege hallo jetzt könnt ihr mich mal hier ist nichts kann man nicht weiter ich komme nicht runter doch das kann werfen das ist unfair warte Hallo? Nein! 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 Naja, wir werden das nächste Mal weitermachen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Säcki.